Du hast... Suchen geholfen. Wer schießt da? Oh, ich. Okay. Er ist hinter dem Berg. Er ist ein Berg, oder? Ja, aufpassen. Okay, jetzt haben wir drei Dreier-Teams. Okay. Drei gegen drei gegen drei. Wir lassen den D machen. Staunen da noch. Den D ballern, dann greifen wir. Ich schießt, da unten sind sie. Ich weiß. Ich glaube, es ist noch einer. Ja, es sind zwei. Es sind drei. Alle drei dort unten? Okay. Ja. Aua! Da ist sie wieder getroffen. Scheiße, du bist. Kurze Sachen. Ah! Oh, wir müssen da unten pushen. Wir sollten nicht gegen sie kämpfen. Mir auch, mir auch, mir auch. Hier bei dir. Mir auch. Der Nummer der E. Ich kenn den B-Gegner, Mann. Wir werden, glaube ich, gut gehofft von den anderen. Echtlich? Ja, die verlusten. Rommel, komm her zu mir. Komm, komm her. Rommel, komm her. Ja. Ja, danke. Wir sind nicht der Tanksteuerring. Ja, die anderen werden die Kämpfe gut bringen, aber... Wirklich? Dann, geht schon. Ich glaube, wir müssen mit einer. Ja, 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 ja. Ah, da oben ist halt... Ja, jetzt sind wir mit... Ja, jetzt sind wir mit... Benjamin, wir müssen auf den Bergaufisch, oder? Wir müssen auf den Bergaufisch, oder? Wir müssen auf den Bergaufisch. Ich hab die Gugang bereit, oder? Gute Idee. Ehhh. Ich geh nicht durch die Schleife, die ich habe. Nee, das ist auch schon korrekt! Ich hab den Bergaufisch geholfen! Wir müssen auf. Jeeeeee! Juhuuuui! Aber man hat hier wohl auch nicht raus, gifst. Ist nicht so geil, oder? Ja. Ich denke die. Juhu... Ähh, ne? Dein wurde einen Schensel. Nein, nein, nein.